Willkommen zurück, meine Freunde, zu Street Fighter X Mega Man. Im letzten Part haben wir Blanka besiegt, deswegen ist da das freie Stückchen. In diesem Part wollen wir uns Rolento unter den Nagel reißen. Den, ja, die Street Fighter Fans kennen ihn vielleicht, der ist nicht so bekannt, aber man kennt ihn, glaube ich, von Street Fighter Alpha oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Alles klar, immer direkt am Anfang ballern. Okay, okay, okay. Das habe ich mir gedacht. Nein, da war ein Leben. Das Ding hätte ein Leben ausgespuckt. Ich, ach, die kenne ich doch. So. Er hätte ein Leben ausge... Kann man da drauf? Oder falle ich da gnadenlos... Gnadenlos runter. Oh, okay, 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 okay. Alter Schwede. Okay, super. So. Das Leben möchte ich gerne haben. Okay. Eiei, sterb doch. Was? Ach nein. Was habe ich gemacht? Wollte nicht die Waffe wechseln. Was mache ich hier? Nein. Für ein Leben. Für ein Leben. Das fällt doch bestimmt wieder runter. Okay. Die bespucken einen wieder. Okay, 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 okay. Ah! Ist, ist denn wahr? Stirb. Die kann man gar nicht kaputt schießen, ne? Voll nicht lustig, aber... Aber okay. Ja! Da komme ich nicht durch. Hoppala. Hui! Ah! Nein! Ah, okay. Die fallen nicht runter. Alles klar. Okay! Ah! Nein! Nein, 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 nein. Einfach durch, einfach durch. Okay. Ich bin gleich tot. Verdammte Axt. Ah, ne, 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 Moment. Okay. Oh nein, das ist der Endgegner. Wie soll ich den denn schaffen mit zwei Strichen? Drei Leben, okay, aber... Zwei Striche ist ja ein bisschen billig. Oh, oh, oh. Okay, das ist vielleicht gar nicht der Endgegner. Ah! Jetzt stirbt mir nicht. Nein! Da war die Energie so nah. Und jetzt muss ich hier anfangen. Die wollen mich ja wohl flachsen, ey. Oh! Alter. Okay, 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 okay. Oh nein! Waffe gewechselt. Ich komme immer in diesen blöden Waffe wechseln-Knopf. Und hepp! Okay. Ja, genau. Und wieder die Waffe gewechselt. Falls es so schön ist. Gut, wir sind wieder am Fahrstuhl. Ach, okay. Oh, ich habe so lange kein Mega-Man mehr gespielt, ey. Das gibt es doch gar nicht. Und wieso zur Hölle wechselt der immer die Waffe? So oft komme ich nur auch nicht an den Knopf. Und hepp. Muss ich einfach durch? Kann das sein? Nein. Kann nicht sein. Der doofe Fahrstuhl muss schon anhalten. Okay, sind wir erst beim Endgegner? Ähm. Ja. Da ist er. Rolando. Okidoki. Ja. Okay. Ah! Hau ab! Okay, was macht er jetzt? Das schmeißt er auf mich. Alles klar. Nein. Nein! Was macht er jetzt? Granatenangriff. Alles klar, ey. Wuh! Nein! Nein, nein, nein! Oh, oh. Nein! Stirb, stirb, stirb! Ja! Oh! Jawoll, ey. Mann, wie knapp zwei Strichelchen. Oh, da kommt man ja richtig ins Schwitzen, ey. Gibt's ja gar nicht. Mein Gott. Nächsten Boss geschafft. Ich hab gar nicht geguckt, ob wir irgendwie... ...ob das eine Schwachstelle war. Mindsweeper. Okay, die sehen schon ein bisschen besser aus... ...als diese... ...blöden Melonen, die wir von Blanka bekommen haben. Ja, ja, bla bla, Passwort. Ja, das war's dann mit dem zweiten Boss. Das ging ja doch recht flugs. Wird ein kurzer Part, geht schön schnell hoch. Ich sag dann mal, bis morgen, Rindjehauen. Bis zum nächsten Mal.